Musik Es gibt Menschen, liebe Zuschauer, Prominente, die stehen in der Öffentlichkeit, die uns begeistern und faszinieren. Aufgrund ihres Talentes, ihrer Ausstrahlung, ihrer Schönheit, ihrer ganzen Persönlichkeit. Und dann stellen Sie sich vor, Sie lernen so einen Prominenten tatsächlich persönlich kennen. Und Sie stellen fest, dieser Mensch ist genau so, wie ich ihn mir gedacht habe. Ja, für mich war es eigentlich keine Überraschung, aber ich war hoch erfreut, als ich gemerkt habe, dass die Frau, die heute hier an meiner Seite ist, tatsächlich so ist, wie ich sie wahrgenommen habe. Nämlich sehr natürlich, schnörkellos, über alle Trends erhaben und die Kosmetiklinie, die sie Ihnen jetzt gleich vorstellt, ist ganz genauso wie Sie selbst. Sie ist das Schönheitsidol einer ganzen Generation. Sie ist Beauty-Expertin, man nennt sie auch die schönste Großmutter Deutschlands. Ich kann nur sagen, ich freue mich, Ihnen eine Pflegelinie vorzustellen, die natürlich ist, die auf bewährte und traditionelle Rezepturen setzt und die von ihr entwickelt wurde. Christine Kaufmann. Ganz herzlich willkommen, liebe Christine. Ich würde dich küssen, wenn ich nicht so krank wäre. Fühl dich, fühlen Sie sich geküsst. Vielen Dank. Danke. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Also ich freue mich eben, wie man hört, bin ich erkältet. Ich freue mich jetzt darüber zu reden, was man alles tun kann mit dieser Kosmetik, um sich trotz Bronchitis, wie man eben, bestehen zu müssen. Wir haben wunderbare Sachen heute dabei, liebe Christine. Sie sind das zweite Mal heute erst bei uns bei CHEM25. Ja, genau, genau. Das zweite Mal und ich finde es eben sehr toll, weil wir wissen auch schon, wie die Reaktion ist. Und es sind viele, wir haben auch viele neue Kunden und viele Kundinnen, die das schon kennen. Man hat mir auch geschrieben, man schreibt mir ja immer, was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil das dieses Feedback, aus dem ernähre ich mich im weitesten Sinne. Und ja, ich freue mich jetzt, dir die Sachen zu erklären. Ich sage, du. Ja, gut. Kann nicht anders. Sehr gerne, Christine. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie das erste Mal mit dabei waren, Anfang November, als Christine Kaufmann mit dabei ist, war, da haben Sie schon sehr viele schöne Sachen gesehen. Einige Premieren haben wir heute ebenfalls für Sie mit dabei. Übrigens zum letzten Mal vor Weihnachten ist Christine Kaufmann heute bei uns. Also suchen Sie noch mal was Schönes für sich und Ihre Lieben aus. Ich zeige Ihnen mal, was mit dabei ist. Beispielsweise, das ist genau so ein natürliches Schönheitsritual, ein natürliches Schönheitsgeheimnis. Aus Marokko kommt das, man nennt es auch das Gold aus Marokko. Nämlich Arganöl ist mit dabei von Christine Kaufmann, heute für 27,99. 120 Milliliter sind hier drin. Und Sie kennen sicherlich Arganöl. Hier haben wir ein Bio-Arganöl. Und das ist genau diese Mischung aus Antioxidantien, aus essentiellen Fettsäuren, die Argan zu so einem hochwertigen Genuss machen. Nämlich für Ihren Körper, für Ihre Haut, selbst für die Haare wird es traditionell verwandt in Marokko. Und das ist alleine schon ein richtiges Schönheits- und Pflegegeheimnis, dieses hochwertige Öl zu verwenden. Heute als Premiere für Sie unter der 3102276. Und Christine Kaufmann lässt sich eben gerne inspirieren durch Ihre Reisen. Ja. Und das ist natürlich ein Mitbringsel, das Arganöl aus Marokko. Ja, und hier haben wir eine Ihrer absoluten Lieblinge. Und das ist eine super Geschenkidee von uns für Sie aus dem ersten Tag mit Christine Kaufmann. Und zwar unter unser Intensive Care Set. Das haben wir heute dabei für 34,99. Das bedeutet, Sie sparen ganze 30 Euro. Und hier enthalten sind das Neomacadamia Rich Fluid. Ein Fluid, das Sie auftragen, das einfach eine wunderbare Konsistenz hat. Und das sorgt für wunderbare Feuchtigkeit, Elastizität. Das ist ein betörender Duft. Und da werden Sie sich das vielleicht so ein kleiner Kick, wenn es Ihnen mal nicht so gut geht, so wie der Christine Kaufmann heute, damit Sie ganz schnell wieder gut aussehen. Und dazu kommt die Neomacadamia Rich Cream 50 Milliliter. Vitaminreich und nährend, glättend und pflegend. Und das ist natürlich genau wieder das, nämlich auch hier die Macadamia als traditionelles Schönheitsgeheimnis für Sie. Außerdem, ja, unsere Schüttellotionen sind wieder da. Einer meiner Lieblinge, liebe Christine, ja, nehme ich unsere Schüttellotionen einmal entweder Medium oder Light. Werden wir Ihnen gleich erklären. Jeweils für 27,99, 200 ml. Und das ist eine ganz tolle und wunderbare Mischung unterschiedlicher Tonerden, dass außerdem Aloe Vera drin, Hammer Mehl ist. Und das können Sie sich vorstellen, es ist ein Finish Ihres Beauty-Rituals. Aber auch gleichzeitig für mich ist es eine Tages-Finish. Ich brauche nämlich kein Make-up mehr, das ist aber individuell, ja. Aber ich liebe es, es ist ganz natürlich und es ist auch sehr mattierend. Also ich brauche noch nicht mal mehr einen Puder darüber. Und man tut der Haut sogar noch etwas Gutes, ja. Da sind also viele gute Sachen drin. Und Medium war hier ausverkauft, das dürfen wir Ihnen heute wieder anbieten. Seien Sie schnell, das ist der schönste Schnellmacher, schnelle Beauty-Macher, den ich überhaupt kenne. Sensationell. Ja, und jetzt bitte ganz doll aufgepasst, meine Damen. Es ist wieder da und ich glaube, wir werden es auch diesmal, genau wie am ersten Tag mit Christine Kaufmann, nicht live präsentieren können. Nämlich unser, ich nenne es nur das Katzenkissen, aber es heißt natürlich Cat-San-Pillow. Und das ist die Weiterentwicklung des Schönheitskissens von Christine Kaufmann. Wir haben es noch in weiß, ich habe es in Rosé zu Hause. Das soll Ihnen helfen, gut zu schlafen und zwar so zu schlafen, dass wir uns nachts nicht faltig liegen, Christine. Ja, es ist eine Nackenstütze. Also es geht darum, ich habe natürlich viele Sachen studiert, unter anderem ägyptische und afrikanische Nackenstützen. Und die haben alle diese Formen. Und ich habe gedacht, so eine normale Nackenstütze sieht ein bisschen orthopädisch aus. Ich wollte es niedlich haben, sodass man sich freut, wie die Katze aussieht. Und auch ein bisschen, dass man weiß, welche Seite oben ist. Weil die Menschen haben die Tendenz, die Sachen falsch zu verwenden. Und dann sagen sie, ja, es funktioniert nicht. Aber ich könnte ruhig mal die Kammer, ich bin jetzt bei 72, nicht geliftet. Und mein Nacken beweist, dass man eigentlich in jedem Alter ein schönes Dekolleté... Da, ich zeige es mal. Heute Abend haben wir dann schulterfrei. Oh, ja, Christine. Sie sehen natürlich, Sie haben Ihr Alter gerade gesagt. Ja, das will ich damals wiederholen. Mit 72 eine natürliche Schönheit und natürlich auch eine natürliche Pflege und eine natürliche Pflegeserie von Christine Kaufmann. So, bestellen Sie sich schnell das Katzenkissen. Ich kann es nur jetzt schon mal vorweg sagen. Und wir haben in dieser Stunde, und um 20 Uhr werden wir es auch einmal wiedersehen, jeweils ein ganz besonderes Angebot für Sie. Und unser erstes Angebot der Stunde jetzt gleich, das ist eine Pflege, die kombiniert ist für Ihren Körper. Ein Pflege- und Wohlfühlritual, schöner als in jedem orientalischen Spa, können Sie sich zu Hause verwöhnen. Wir zeigen es nur ein einziges Mal, ein Körperset von Christine Kaufmann für Sie als Angebot der Stunde. Unser Angebot der Stunde ist unser Bodycare-Set. Und das hat den Preis heute von 34,99 Euro. 25 Euro sparen Sie. Und Sie bekommen nach Hause ein Set zum Verwöhnen von Kopf bis Fuß, möchte ich fast sagen. Nämlich unser Creme-Brülee Sugar Scrub. Das ist ein Körperpeeling für 29,99 Euro, sonst bei uns im Einzelkauf. Und unsere All-Over-Body-Cream ist mit dabei, jeweils 200 ml. Ebenfalls sonst im Einzelkauf für 29,99 Euro. Sie würden also fast 60 Euro bezahlen. Heute zahlen Sie aber nur 34,99 Euro. Und somit haben Sie eine Sparnis von fast 25 Euro. Verwöhnen Sie sich. Es ist ein super schönes Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht, welche Frau sich über dieses wunderbare Verwöhnen-Set für den ganzen Körper nicht freuen sollte. Liebe Christine, womit wollen wir anfangen? Mit so einem tollen Scrub-of-You-Cream-Port. Ja, sehr schön. Ich mache es gleich auch. Wie gesagt, ich habe ja diese Bronchitis, die mit 72 relativ anstrengend war. Und was ich dann mache, wenn ich mich wirklich schlecht fühle und möchte gerne das Gefühl von Jugendlichkeit und Gesundheit wieder kriegen. oder Wohlbefinden einfach, dann mache ich das Bad zu, spiele Kate Bush, die neue Platte, die sehr schön ist. Und dann habe ich folgendes, ich habe das schon auch als Blog geschrieben, man setzt sich an den Badewannenrand, lässt das Wasser einfließen und währenddessen auf die etwas feuchte Haut in kreisenden Bewegungen alles massieren, inklusive die Intimzonen. Und ich weiß, darüber sollte ich nicht sprechen, aber ich tue es. Schaut ja niemand zu, hört ja niemand auf jeden Fall. Es ist nämlich so, dass die Intimzone auch gepflegt werden möchte. Ja. Und dass dieses Zucker und Öl und diese Düfte einfach ein, ich nenne es auch ein bisschen ein Konkubine-Geheimnis, ist sozusagen etwas, wenn du gar keine Lust hast, auf Feste zu gehen, zu kochen, Freunde zu sehen, mache ich dieses Peeling. Und wenn der Körper eingecremt ist, die Schultern, Hals und so weiter, Ellbogen, Hände und so weiter, dann steige ich in die Wanne und dann ist das ganze Produkt, verflüssigt sich und dann bade ich in diesem wunderbaren, in dieser wunderbaren Essenz. Ach, Sie baden in den Peeling? Ja. Ja. Ich kenne das nur so, dass man quasi die feuchte Haut dann einreit. Das ist viel zu sparsam für solche Sachen. Und es geht eben darum, dass das warme Wasser ja auch die Zellen, also die Zellteilung unterstützt, weil dort, wo durchblutet wird, verjüngen wir uns. Und es ist so, ich habe oft keine Lust, irgendwo hinzugehen, auch Freunde zu treffen und so. Und für mich ist es sehr wichtig, meine Lebenslust zu erhalten und das ist meine Geheimwaffe. Und da piele ich die Füße zum Beispiel und da braucht man gar keine Pediküre mehr oder nicht mehr so oft. Die Hände sind ja alles, also gerade die Fußsohlen mit der, oh Gott, mir fällt heute glaube ich gar nichts ein. Fußsohlen mit so einer... Ja, genau, danke schön. Genau, sonst geht man da mit einem Bimmstein ran. Ja, brauchst du nicht, keinen Bimmstein. Wir haben hier alles süß und schmeckt wunderbar. Auch der Po wird ganz glatt. Rückenschultern, sehr oft ist es nämlich so, wenn man dekultierte Kleider trägt, vergessen die Frauen ihren Rücken zu pielen. Und das macht wirklich Spaß, ja? Hast du es mal gesehen? Nein, ich frage dich gerade die Hände. Vorne sind sie schön und hinten sieht das aus wie ein Lumpen. Auf jeden Fall die Haut. Das wollen wir auf keinen Fall. Also es ist so, dass man wirklich pielt und Freude am Leben dann in die Wanne. Ja. Dann verteilt sich das und man atmet diesen wunderbaren Geruch ein. Und dann geht man aus der Wanne raus und tupft sich ab. Das heißt nicht trocken, 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 sondern nur abtupfen. Und dann machst du die All-Over-Cream, die ich übrigens auch, deswegen heißt es All-Over, die Füße damit massiere. Jetzt muss ich vorher noch was fragen zu dem Peeling, Christine. Es ist ja ein Zucker-Öl-Peeling, das haben Sie mir gesagt. Jetzt haben wir aber hier, was wir jetzt noch gar nicht so sagen konnten, ich möchte schon die ganze Zeit am liebsten ablecken, diese Creme Brulee. Wie sind Sie denn da drauf gekommen, diese Geruchs, ich möchte fast sagen, Geschmacksnote hier reinzubringen in das Peeling? Erstmal ist es so, dass ich, also für mich, ich habe versucht abzunehmen, es sind auch die ein oder anderen Kilos geschwunden und ich darf nichts Süßes essen. Ja, ich habe festgestellt, wenn man es riecht und wenn man diesen Geschmack riecht, dann ist es auf gewisse Weise auch befriedigend. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich eine Nachspeise esse über die Nase. Oh, so wird man ja selber zu einem kleinen Dessert, Christine. Ja, so ist es. Wir haben es ja gerade gesagt, ein tolles Pflegeritual. Christine hat gesagt, gerne vorher einmassieren. Ich sage, macht Lust auf Leben. Und dann in die Badewanne steigen. In die Badewanne und sagen, ich bin die Königin meines Bades. Das darf mich nicht stören. Ich finde aber schöne Musik auch sehr, sehr wichtig. Und das ist eben die Kombination, dass man sich, man muss ja nicht wahnsinnig viel Zeit verwenden. Sagen wir mal 20 Minuten lang. Man muss es ja auch nicht jeden Tag machen. Das ist doch so ein extra Pflegeritual, das wir hier haben für den Körper. Nein, also zum Beispiel, wenn man gekocht hat und so weiter. Ich bin ja immer dafür, dass man das Essen vorbereitet und dann sich selber. Man merkt also, diese Zuckermoleküle ist ein wunderbares Peeling. Was super funktioniert, das kann ich Ihnen sagen, Zuckeröl-Peeling sind immer toll. Das hier, da werden Sie nachher riechen wie ein Dessert. Und Ihre Haut wird so weich sein, wie so diese ganz zarte, schöne Babyhaut. Und wir zeigen Ihnen natürlich gerne mal, was drin steckt. Übrigens, die trockenen Lippen, also das habe ich festgestellt. Auch? Also was ich mache, ist, dass wenn die Lippen trocken wären durch die Temperatur, ein bisschen nur mit was auf der Fingenspitze bleibt. Und man kriegt diese ganze trockene Haut ab und dann macht man eben Fett drauf. So, jetzt schauen wir mal, was drin ist. Nehme ich einmal bei unserem Peeling. Das sind Honig-Extrakt, wertvolle Öle. Da ist Panthenol drin beispielsweise, was beruhigend wirkt. Das ist wichtig bei dem Peeling. Die Zuckerkristalle, die eben diese abgestorbenen Hautschüppchen dann entfernen, liebe Zuschauer. Olivenöl ist dann auch noch drin in der Creme. Die sehen wir gleich. Traubenkernöl und Olivenöl. Und hier steht ja alles für Sie und Ihren Umgang in Sachen natürliche Pflege, Christine. Denn es ist ja das Natürlichste der Welt, sich mit natürlichen Essenzen auch den Körper zu verwöhnen und zu peelen. Also ich war in Marseille vor lange, lange Zeit in einem Hammam, weil ich liebe Hammams. Alles gut. Und dort wurde ich damit behandelt. Das haben die selber angerührt und da habe ich gesagt, das ist wirklich toll, das bringe ich meinen Kundinnen. So, und Sie kriegen natürlich nicht nur unser herrliches Creme-Belais Body Scrub bei unserem Body Care Set, sondern es ist eine fantastische Body Butter, so möchte ich es fast nennen, mit. Denn nach dem Peelen, Christine, ist ja Zeit für die Pflege. Inszusammen 34,99, vergessen Sie nicht, 25 Euro sparen Sie. Also es ist so, normalerweise kostet ein gutes Peeling ein Peeling allein zwischen 47 und nach oben scheint es keine Grenze zu geben. Ja, auf jeden Fall für alle Menschen, wie ich, die gerne sparen. Ich bin ja Steinbock. Ich bin Löwe, ich bin Verschwender. Muss ich sparen, ja, ist egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich versuche immer die Sachen so kostbar oder so preiswert wie möglich zu machen. Und auf die gepielte Haut, also die dann sowieso schon vorbereitet ist, machen wir diese leichte, sahnige Creme. Creme, die zieht wahnsinnig toll ein, weil es geht immer darum, kann eine Creme einziehen oder bleibt sie auf der Oberfläche der Haut liegen. Und deswegen hat sie so eine ganz leichte Konsistenz, weil es ist eine Creme, die unglaublich gut einzieht. Also jedes Mal, wenn ich die Hände wasche, tue ich natürlich mich eincremen. Ich habe aber gelernt von meiner Kosmetikerin, genau, dass man bis zum Ellbogen eincremt. Genau, bis zum Ellbogen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir wollen natürlich, die Hände hören nicht hier auf und du cremst alles an. Gerade, wenn die Haut trocken wird, da kommen wir nachher wegen dem Wasch-Set nochmal drauf. Man braucht sich im Winter nicht überall waschen. Man kann sich an gewissen Stellen waschen und immer schön eincremen, weil im Winter die Haut sehr trocken wird wegen der Heizung und auch wegen der Wolle, die man trägt. Das stimmt. Und es ist ja in vielen Völkern gar nicht möglich, sich jeden Tag zu waschen. Trotzdem sind diese Menschen ja nicht unhygienisch, sondern die pflegen die Haut beispielsweise mit traditionellen Ölen, wie sie auch in ihrer Kosmetik drin haben. Also ich sage Ihnen, auch hier ist der Geruch, der Duft, liebe Christine, eine totale Sensation. Also der Duft, da würde ich gerne auch was sagen. Also ich bin eine von den Leuten, die, wenn man im Flughafen an diesem Duty-Free vorbei, falle ich ja quasi in Unmacht. Da haben wir was gemeinsam. Okay. Also es ist natürlich so, viele Leute mögen die starken Düfte, ich will sie auch nicht angreifen. Aber ich will, dass meine Kosmetik mich beruhigt, belebt und beruhigt. Und deswegen habe ich keine Düfte ausgesucht, die auf eine gewisse Art stimulierend sind, sondern ich will, dass die Düfte uns ins Gleichgewicht bringen. Und das ist bei der ganzen Kosmetik. Egal welche Creme, es ist beim Waschgel immer. Ich möchte gern, dass wir in unsere Mitte gehen. Aus der Mitte heraus kommt die Kraft. Da kann man vieles überleben, wie ich mit 72. Und ich finde das Leben immer noch spannend und aufregend und bin der Meinung, dass ich das auch kann, weil für mich Kosmetik immer gleichzusetzen ist mit Meditation. Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich ein Umgang mit sich selbst, sich selber, auch das alleine, das Berühren des Körpers, das Wahrnehmen des eigenen Selbst, das spielte alles mit rein. Meine Damen, ich muss ein bisschen das Alarmglöckchen bimmeln bei unserem Angebot der Stunde. Wir haben noch 277 Sets von unserem Bodycare-Set. Und das bedeutet 200 Milliliter unseres verwöhnenden, lecker riechenden, unfassbar luxuriösen Body Scrubs. Und das ist auf der Basis von Creme Brûlée, ist ein Zuckeröl-Peeling. Sie werden, wenn Sie diesen Geruch in der Nase haben, es ist herrlich. Verwenden Sie es an einzelnen Stellen. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ein gepielter Körper, die Haut, auch was die Fältchen betrifft, ein Dekolleté. Riesenunterschied zu ungepielter Haut, Riesenunterschied. Viele vergessen den Körper. Und dann unsere Bodycreme, ebenfalls 200 ml, die wiederum so einen ganz frischen Duft hat. Zusammen für nur 34,99. Das sparen 25 Euro. Dieses Angebot der Stunde, was jetzt langsam runtergeht auf etwa 200 Bestellmöglichkeiten, zeigen wir nur jetzt. Kurze Wartezeit am Telefon. Sie wählen jetzt bitte 0800 21 3,3 21. Sicher und sicher Angebot der Stunde. Wir werden dieses Angebot heute nicht wiederholen. Wir sind um 20 Uhr noch mal da, Christine Kaufmann und ich. Dann allerdings mit einem anderen Angebot der Stunde. Machen Sie nicht im Gesicht und am Dekolleté Schluss. Bitte pflegen Sie Ihren ganzen Körper. Es ist eine Freude, auch für sich selber etwas Gutes zu tun. Und ich finde natürlich ein sensationelles Weihnachtsgeschenk. Ja, es ist auch ein Geschenk, das niemand beleidigt. Es ist nicht wie Seife, wo man sagt, ich glaube, du brauchst Seife. Sondern es ist wirklich um, ja, ich denke, dass wir alle, die meisten Frauen, auf jeden Fall gerne zu erschöpft sind. Und es ist meine, also so habe ich es entwickelt, meine Geheimwaffe gegen, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, Termine gehabt und so weiter. Es ist meins, dass man sich wieder weiblich fühlt. Dass du Lust hast, Frau zu sein, ob Mutter oder in meinem Fall Urgroßmutter oder Tochter oder Cousine oder Schwester. Es ist einfach ein schneller, intimer Zugang zur eigenen Weiblichkeit. Und es ist, als ob ich bei Ihnen zu Hause bin, ob Sie es mögen oder nicht. Es ist Christine Kaufmann, was hier drin steckt. Natürlich, ja, und ich sagte ja, das sind natürliche Rezepturen, die traditionell, auch teilweise auf traditionellen Rezepturen basieren. Und es macht so Spaß. Und ich muss Ihnen schnell was sagen. Unsere Geschenkidee ist unser Bestseller aus unserem ersten Tag mit Christine Kaufmann. Unser Intensive Care Set. Wir haben eine Preisesparnis ebenfalls von 30 Euro. Ich sage mal so, Sie kriegen eines der Produkte geschenkt. Nämlich unser New Macadamia Rich Fluid mit 50 Milliliter. Das schenkt Ihrer Haut Feuchtigkeit, Elastizität, Panthenol, Rizinus, Karottenöl, Macadamianus steckt hier drin. Und dazu kommt die New Macadamia Rich Cream. Und das ist eine Intensivpflege. Ein wunderbarer Feuchtigkeitsspender mit Aloe Vera. Und auch hier steckt natürlich die Königin aller Nüssen drin, die Macadamia. Und ob Sie es nun tagsüber, nachts anwenden, das ist ein Set für die reife Haut, für die Haut, die sich danach sehnt, wieder aufgefüllt zu werden, wieder neue Frische und Fülle zu bekommen. Sie werden sehen, es ist, als würden Sie ein ausgetrocknetes Blümchen pflegen, meine Damen, das wieder aufblüht. Tja, hier bitte schnell sein bei unserer Geschenk-Idee. Tolle Preisreduzierung heute für Sie bei unserem Intensive Care Set. So, unsere Schürtellotion, ich sagte es Ihnen vorhin, war das letzte Mal ausverkauft in der Farbe Medium. Es gibt Light und Medium, ganz kleiner Farbunterschied nur. Und wir haben hier 200 ml, ich habe übrigens beide zu Hause, Medium und Light. Aber Medium ist wirklich eine super Farbe, die für die meisten Frauen, glaube ich, passt, deswegen auch so beliebt. Und da haben wir einen Preis von 27,99 Tonerden und nochmal mit Hamamelis und einigen mehr angereichert. Also wir haben einen Finish, einen Pflegefinish, wir haben einen Pflegefinish und wir haben gleichzeitig wie ein zartes Make-up auf Ihrer Haut, was auch noch komplett mattiert. Herrlich, ich liebe das. Ja, ich finde es auch ein interessantes Produkt. Übrigens habe ich über das Schürtellotion überhaupt angefangen, eigene Kosmetik zu entwickeln. Weil ich habe Theater gespielt und im Theater hat man sehr viel schlechte Luft. Das heißt, du spielst dir die Seele aus dem Leib und auf jeden Fall habe ich immer nur Schürtellotion statt Make-up zu tragen. Weil für mich, also diese normale Theaterschmucke, schmucke macht das Gesicht zu und das wollte ich nicht. Und da haben meine Kollegen mich mit ein bisschen Neid, gebe ich zu, gesagt, du siehst so toll aus hinterher, was machst du eigentlich? Da habe ich gesagt, das kriegt ihr gleich von mir und so weiter. Und mir macht das ja Spaß. Also ich freue mich immer, wenn ich Frauen glücklich machen kann und verschöne. Ich hätte als Casanova auf die Welt kommen sollen, aber vielleicht nächstes Mal, mal weiß ich sie nicht. Auf jeden Fall. Jetzt bleiben Sie erst mal bei uns heute. Jetzt bleiben Sie erst mal hier, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Schürtellotion ein adstringierendes Produkt ist. Wir kennen das, dass wir Toner nach dem Pflegen rauftun. Es ist eine Art sehr leichtes Make-up, was aber die Haut abstringiert. Das heißt, dass diese Teile, die im Laufe der Zeit hängen, wenn man sich nicht liften lassen möchte wie ich und man trotzdem nicht möchte, dass es straff wird, ist es ein wunderbares System. Sie können es auch mit der Klopfmassage verbinden, einfach um das hier straff zu halten. Wir haben es gerade nochmal für Sie eingeblendet, wenn Sie gleich bestellen wollen, was ich Ihnen absolut empfehlen würde. Sie werden es lieben. Für mich ist das die schnellste Pflege und das schnellste Make-up der Welt. Und es macht einen unglaublich schönen, natürlichen und eben mattierten Teint in Medium für 27,99 wiederhältlich. Die 200 ml reichen Ihnen nach meiner Schätzung ein Jahr. Da brauchen Sie wirklich nur ein paar Tropfen, oder? Das ist eine sehr, sehr, sehr große Abfüllung. So, aber jetzt kommen wir zu unserer Premiere, einer der Premieren heute, liebe Zuschauer. Nämlich zu unserem Arganöl von Christine Kaufmann für 27,99. 120 Milliliter haben wir. Und es ist nicht irgendein Arganöl, wobei man bei Arganöl eigentlich sowieso nicht irgendeins sagen könnte. Es ist immer äußerst wertvoll. Aber haben wir hier ein Bio-Arganöl unter der 3102276. Heute das erste Mal bei Ihnen dabei, Christine. Ist es bei Ihnen ein neues Produkt oder ist es bei uns ein neues Produkt? Ich war die Erste, die Arganöl in Deutschland eingeführt hat. Und zwar, weil ich in Marokko gelebt habe, fünf Jahre. Und ich habe immer gehört, Ville d'Argan und so weiter. Und war auch in Fez, war in der Nähe von Fez. Es sind diese sogenannten kleinen Fabriken. Die Frauen hauen die Nüsse mit Steinen auf, mit der Hand. Und es ist ein Produkt, das so vielfältig ist in der Anwendung. Es ist auf jeden Fall ein Produkt, das man sehr, sehr gut zu anderen Produkten geben kann. Aber es ist so ein SOS, so ein Retter. Weil zum Beispiel, wenn man trockene Haare hat, kann man in die trockenen Haare, massiert man das Arganöl. Und ich weiß nicht, ob, also ich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als meine Haare von alleine geglänzt haben, vor 30 Jahren oder so. Und jetzt muss ich irrsinnig arbeiten und da benutze ich das Arganöl. Und zwar mische ich das Arganöl mit Eigelb. Und es tue ich über Nacht in die Haare mit einem Handtuch drauf und dann wäscht man sie am nächsten Tag. Und sie sind super schön. Aber, was wir hier haben, also wir haben verschiedene Wirkungsweisen. Es ist sehr, sehr gut für die Füße und für die Nägel der Hände. Also mir haben viele Frauen, die eben viel mit Manikür und so weiter oder die Schmuck verkaufen, gesagt haben, sie machen das Arganöl, weil die Nagelhaut davon gesünder bzw. stärker, geschmeidiger und besser wird. Und die Nägel, angeblich, ich zitiere nur, ich habe immer ganz kurze Nägel, aber auf jeden Fall haben sie gesagt, dass die Nägel davon profitieren. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt für die Ellbogen. Es ist ein sehr gutes Produkt für das Dekolleté. Ich sage ja immer, dass man zuerst das Dekolleté eincremen soll und dann das Gesicht, einfach weil das eine trockene, dünne Haut ist. Weil wir müssen ja den Hals so bewegen können. Deswegen ist die Haut dünn, wie auf den Händen. Ja. Das hat immer mit der Griffigkeit zu tun. So, ich werde gleich mal ein bisschen, Sie haben es ja gesagt, also für die Hände wunderbar, für den ganzen Körper. Ich weiß, es wird in Marokko ja für alles benutzt. Die essen es ja sogar. Das ist es auch, ja. Also, aber ein bisschen können meine Haare in jedem Fall jetzt auch gebrauchen, weil ich liebe auch Öle für ganz trockenes Haar. Für die Haut, Ellbogen, Füße, überall die Gelenke sind. Also, was ist das Geheimnis des Adernöls? Es ist hoch antioxidativ. Und die meisten Leute wissen, was ist antioxidativ. Das kann man sehr gut erklären. Man schneidet einen Apfel in den Halb. Und dann lässt du die eine Hälfte ohne Zitrone und die eine mit Zitrone. Und du siehst, dass die Seite von Vitamin C ist auch antioxidativ, dass die Seite mit dem Zitronenöl weiß bleibt. Das heißt, der Apfel oxidiert langsamer. Und das ist ungefähr das, was passiert. Das heißt, es ist ein natürlicher Prozess, Stoffwechselprozess im Körper. Wir brauchen die Oxidation teilweise schon. Aber wir wollen eben verhindern, dass es zu viel wird. Das ist so, du willst einfach verhindern. Man will einfach, es hilft eigentlich der Geschmeidigkeit überall. Also, antioxidativ in dem Sinne, bei unserem Arganöl, das ist ja wirklich ein natürliches Anti-Aging, Christine. Das ist ein Rezept, was in Marokko, da kommt es ja her, Generationen verwendet wird. Bei Tausenden von Jahren. Für die Schönheit, das wird sogar gekocht damit. Das ist natürlich voller essentieller Fettsäuren, die auch für unseren Körper einfach wunderbar sind. Die Antioxidantien. Es ist, ich finde ich, heute gibt es ja ganz moderne Beauty-Produkte, wo man so sagt, das ist so der Little Helper. Das ist so die Overnight Repair. Ja, 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 genau. Das Arganöl, das wird seit Urzeiten verwendet in Sachen Schönheit. Es ist ein sicheres, ganz natürliches Produkt, das ja für den ganzen Körper, ich meine, ich darf es ja auch im Gesicht anwenden, wenn ich meine Maske anwende. Also was ich gerne mache, ist, jetzt wo die Erkältung da war, man merkt, dass man, wenn man erkältet ist, gerne geschwollen ist. Also gerne so aussieht. Und ich habe festgestellt, also dass ich zum Beispiel eine Massage, eine Nackenmassage mache, hier. Und dann dieses berühmte Abstreichen, was ich oft auf meinen, das heißt, du nimmst das Öl und streichst ab. Dadurch entstaußt du die Lymphe und tust hier etwas bewegen. Das heißt, wir bewegen auch die Muskeln und Sehnen. Und wenn wir gleichzeitig das Arganöl verwenden, dann machen wir eine Art flüssiges Schild auf die Haut. Und es ist sehr wichtig, dass wir der Haut im Winter die Möglichkeit geben, ihre Schutzfunktion. Weil viele Leute sagen, die Haut ist ein Organ, ja, es ist auch ein Organ. Aber auf jeden Fall ist es so, es ist vor allen Dingen ein Schutzorgan. Deswegen kann man auch nur bedingt Dinge in die Haut schleusen. Was wir vor allen Dingen machen müssen, ist, dass die Haut stark ist. Dass sie stark geschmeidig ist und so lange wie möglich eben ihre Geschmeidigkeit. Weil das ist das Jugendliche. Genau, diese Elastizität, die Prallheit, die Zuschauer. Und wir haben hier natürlich ein besonderes Arganöl für Sie, nämlich ein Bio-Arganöl. Arganöl, ja, auch hier muss man darauf achten, nicht zuletzt deswegen, wegen der Qualität natürlich, aber auch wegen der Menschen, die dort arbeiten. Natürlich, ja. Dass es so natürlich wie möglich ist, das ist eines der Credos von Christine Kaufmann. So viel Natürlichkeit in der Pflegelinie wie möglich, so viel Natur wie möglich. Immer ein ganzheitliches Pflegeerlebnis, inspiriert durch traditionelle, natürliche Wirkstoffe, durch ihre Reisen. Und das ist ein bewährtes, uraltes, wunderbares und funktionierendes Beauty-Konzept. Ein uraltes Mittel, das uns hilft, jung zu bleiben. Ich möchte Ihnen nochmal darauf hinweisen, wir haben ein, wie soll ich sagen, ein sensationelles Schnellschönheitsprodukt, nämlich unsere Schüttellotion wieder dabei in Medium. Die Farbe passt, machen Sie sich keine Gedanken darüber, es passt sich wirklich wunderbar an. Es ist der Abschluss Ihres Pflegerituals, es ist das Abschluss Ihres Reinigungsrituals und gleichzeitig ein wunderbares, mattes Make-up, denn das sind Tonerden, die enthalten sind. Und in der Kombination, damit vielen weiteren Guten, wie Aloe Vera und Hamamelis, dafür sorgen, dass Sie nochmal einen Kick an Pflege haben. Hautberuhigend, reizlindend und toll. Ich würde gerne etwas sagen. Weißt du, was ich toll finde an dem Produkt? Es ist ein Make-up für Leute, die nicht aussehen möchten, als ob sie geschminkt sind. Das war für mich auch im Theater sehr, sehr wichtig. Man möchte ein bisschen das Glänzen weg, also nicht glänzen, sondern schimmern. Man möchte ein Produkt haben, das der Haut hilft, sich zu erneuern. Das heißt, es ist ein Schutzprodukt und es hat eine Vielfalt an positiven Kettenreaktionen. Aber es ist ein Produkt, wo mir viele, viele Männer gesagt haben, dass sie es verwenden. Weil sehr oft gerade Geschäftsmänner, die unterwegs sind, was für einen Eindruck wollen sie machen, dass sie gesund aussehen, dass sie das, was sie sagen, auch glauben und repräsentieren können. Und deswegen finde ich das Schüttel-Lotion eines der Produkte, die für Männer und Frauen sind. Vielen Dank. Vielen Dank.